so moin moin und herzlich willkommen zum update 21.0 dev build account das ist nur eine vorab version das heißt hier kann sich noch alles ändern wie gewohnt hatten wir die letzten male auch schon ja dementsprechend kleiner hinweis wie gesagt kann sich ein bisschen noch was ändern nimmt es nicht als finale version und wir gucken mal rein was es hier so neues gibt und da gab es tatsächlich eine kleine überraschung die noch ja ich wusste es nicht in den update news stand auch nicht drin wir kriegen einen neuen helden den flicker ja es wird ein neuer held ein epic held wir gucken mal kurz rein ich habe den schon auf level 20 gezogen epischer held flicker der hungrige freund und wir gucken mal kurz in die übersetzung rein denn das ist schon ganz schön wildes teil und da fangen wir mal an wo ist die 1 mit seinen grundfähigkeiten flicker erhöht den schaden benachbarte einheiten gegen bosse und mini-bosse und ist immun gegen negative effekte er kann mit einheiten der nähe den platz tauschen und alle einheiten verschlucken wodurch eine zeit lang einschläft nachdem er eine einheit verschluckt hat rülpst flicker mana ja das ist die erste sache dann geht es weiter wenn eine fähigkeit aktiviert wird erwacht der drache und greift mit feuer bilden an die einen brennenden und verlangsamen infekt hinterlassen jeder von flicker gefressene einheit gibt ihm eine satte ladung proportional zum rang der gefressenen einheit wodurch der schaden des drachens und der bonusschaden einheiten erhöht werden flicker kann auch eine wohl genährte ladung erhalten indem es ein plätzchen mit futter gelegt wird ja das hört sich jetzt erstmal alles ganz ganz krass an schauen wir uns später noch detailliert kurz im dragon rift an wir bekommen den kollegen übrigens auch im dragon rift das wird der neue held sein fürs dragon rift ihr könnt euch da fragmente holen für diese jäger münzen aber natürlich auch für echt geld schauen wir uns auch gleich an vorher noch seine talente das wäre zum einen der die brennende flamme verbrennende flamme feuer pfützen verringern die rüstung der feinde und der debuff bleibt auch dann bestehen wenn ein feind das gebiet verlässt nachdem er seinen satten angriff erhalten hat beschießt flicker den ersten feind mit einem feuerball rüstungszerstörung 24 prozent dann der belebende rülpser nachdem er einen guten genährten angefangen hat spuckt flickerschleim auf alle einheiten um ihn herum und erhöht so vorübergehend deren schaden für zehn sekunden lang um 20 prozent und dann haben wir noch aufheizen einheiten in einem gebiet und flicker haben eine erhöhte chance auf kritische treffer monster in der feuer für zu erleiden erhöhten kritischen schaden der erhöhte kritische schaden beträgt 20 prozent und die steigung für die erhöhte treffer chance ist zwei prozent ja das ist aber nicht alles neues wie gesagt obwohl wir gucken jetzt direkt mal rein wie gesagt den gibt es im dragon rift ihr könnt den hier im store bekommen für diese jäger münzen da könnt ihr euch die fragmente holen wie es aussieht leider nur vier stück für 1500 und dann könnt ihr euch zwei kisten holen für 999 da ist garantiert zwei bis acht flicker fragmente drin und wie es aussieht noch zusätzliche random epics so wie es jetzt aussieht wenn man hier den benutzt könnte es auch sein dass beide hier das könnte sein wahrscheinlich wenn ihr noch einen epischen token benutzt dann bekommt ihr hier die hier safe und die noch zusätzlich würde ich fast sagen so sieht jetzt für mich auf den ersten sinn aus außerdem ist auch neu im dragon rift dass hier die welt drei und vier hinzugefügt worden sind ich hoffe das kann ich euch in den nächsten tagen noch zeigen und da gibt es ordentlich belohnung tatsächlich zusätzlich und zwar hier oben ihr seht es gibt es richtig viele epic fragmente die ihr bekommen könnt für random helden ich weiß nicht ob da der flicker auch mit bei sein kann müssen wir uns auf jeden fall noch gedulden ansonsten gehen wir heute noch die zwei wichtigsten sachen durch die ritter statu talente und zum anderen den kristall magier beides haben wir heute schon ausprobiert und werden wir die nächsten tage sicherlich auf youtube hochladen heute gehen wir erst mal grob in die talente rein und zocken dann noch eine runde dragon rift würde ich sagen mit dem light inquiry und der neuen statu so wir gehen hier mal durch und fangen an mit der ritter statu geschärfter speer ritter statu verstärkt alle vertikalen und horizontalen mit ihnen ausgerichteten einheiten und erhöht ihren schaden um 0,5 prozent jede neue statu an einer kreuzung erhöht den bonusschaden eine statu ist aktiv wenn sich auf derselben kreuzung kein andere statu befindet unabhängig davon wie viele statuen sich auf dem schlachtfeld befinden dann haben wir dann das rechte talent bund der veteranen ritter statuen erhöhen den schaden seiner benachbarten um einheiten um 0,5 prozent jede zusammenführung und erhöhung des zusammenführungsrangs neben der ritter statu erhöht diesen bonus dann gibt es barriere die ritter statu erscheint mit einem schild gegen negative auswirkungen der schild hat zwei ladungen nach der zerstörung regeneriert sich der schild innerhalb von 30 sekunden also dauerhaftes schutzschild wenn man so möchte dann den appell wenn eine ritter statu einen bonus erhält eine bonus schadens ladung erhält andere statuen erhalten zu 15 prozent auch diese ladung das ist zufall für jede statu einzigartig der effekt ist für jede statu einzigartig bisschen verwirrend aber denke kriegen wir hin bleiben sie dran wenn alle nachbarn der ritter statu dieselbe einheit sind erhöht sich zusätzlich zur angriffsgeschwindigkeit auch ihre kritische schaden um zehn prozent also angriffsgeschwindigkeit zehn prozent hoch kritischer schaden zehn prozent hoch wenn ihr zum beispiel eine mitte eine ritter statu habt und rings um vier irgendwie zum beispiel moin kaspar dann stein legion zusätzlich zur angriffsgeschwindigkeit erhöht die ritter statu den kritischen einheitenschaden um 0,7 prozent für jeden zusammenführungsrang von statuen auf dem schlachtfeld also wenn ihr zwei statuen auf sieben habt 14 prozent 14 mal 0,7 könnt euch rausrechnen nicht 14 prozent ein bisschen weniger und dann seelen eines kriegers erstmal sieht es absolut nice aus während sie aktiv ist führt die ritter statu alle zehn sekunden einen flächenangriff aus der angriff verursacht 50 prozent seines kritischen schadenswertes pro zusammenführungsrang und verringert die rüstung des monsters um zehn prozent sein angriffsintervall verringert sich für jede einheit um zwei sekunden daneben also scheinbar wenn man vier einheiten ringsherum hat dann sind es wahrscheinlich 18 sekunden alle 18 sekunden einen angriff der aber auch rüstungsbruch verursacht was auf jeden fall auch sehr sehr stark ist wir gehen weiter zum crystal menzer der kristall arcanist ein magier hat eine chance von 35 prozent mit einem kristall zu erscheinen und wenn er diesen magier verschmilzt beschwört er einen arcanisten der durch seinen angriff die rüstung um 0,5 prozent bis zu 100 prozent verringert wenn sich ein arcanist in einer ecke befindet oder zwei benachbarn hat erhält er einen kettenangriff von 40 prozent die zahl der ziele hängt von seinem zusammenführungsrang ab maximal vier arcanisten dann den hohe arcanist ein magier auf dem schlachtfeld ist immer ein arcanist ein magier hat da eine chance von 55 prozent mit einem kristall zu erscheinen der dem arcanisten eine ladung von 2,5 verleiht anstatt monster anzugreifen arcanisten hat haben 1000 prozent flächenschaden und greifen nur alle drei sekunden an wobei er drei ladungen pro angriff verbraucht nach 500 aufladung erhöht sich der schaden um 0,25 prozent der kritische schaden von arcanist wird um das dreifache verringert ja leider ist nicht genau jetzt daraus abzuleiten was für 0,25 einmalig nach 500 oder pro kristall pro 500 kristallen das ist ein bisschen schwierig wenn ihr euch fragt pro 500 aufladung wir haben tatsächlich vorhin gameplay gehabt da hatten wir 2000 ladungen also ja das war schon echt cool und der hohe arcanist aber auch der kristall arcanist die sehen echt krass auf dem feld muss ich wirklich sagen werdet ihr höchstwahrscheinlich morgen sehen ja dann kristall verbindung die chance dass ein magier mit einem kristall erscheint steigt um 35 prozent der schaden des arcanisten erhöht sich um drei prozent für jeden magier mit einem kristall auf dem schlachtfeld ja wenn man da rechts links spielt ist es auf jeden fall schon mal eine gute kombination durch die erhöhung des ranges und die fusionierung eines magiers entstehen zwei kristalle die das erste ziel angreifen und die gleichen werte wie der magier mit zusätzlichen angriffszeiten vom boni von arcanisten haben die kristalle erscheinen für 50 sekunden haben sie explodiert was ja die erscheint 50 kunden sie explodieren wenn der monster sie berührt und versuchen ursachen 1000 prozent des schadenswertes magiers ihr müsst euch das so vorstellen wie fallen die stecken dann auf der wave und greifen an und wenn die monster reinlaufen dann explodieren die auch sehr sehr cool sieht auch wirklich sehr cool aus alles dann blitz ableite alle zehn sekunden lädt jeder arcanist auf dem schlachtfeld seinen angriff mit elektrizität auf und erhöht so ein seine kritische chance um 100 prozent dieser angriff hinterlässt kugelblitze die alle 0,5 sekunden 20 prozent des schadenswertes des arcanisten verursachen dann haben wir magma fluss beim angriff hat der arcanist eine chance von 10 prozent magma spritzer freizusetzen die ein monster und seine nachbarn in brand setzen befallene monster allein 135 prozent des schadenswertes des magiers als regelmäßigen schaden und 20 prozent erhöhten kritischen schaden aus jeder quelle der periodische schaden ist bis zu fünf mal stapelbar und zu guter letzt absorbing energy nach den töten eines bosses hat ein arcanist mit niedrigen rang eine chance von 65 prozent dessen energie zu absorbieren und im merge rang aufzusteigen wenn es auf dem schlachtfeld keinen arcanisten gibt die im zusammenführungsrang aufsteigen können wird ein zufällig ausgewählter magier im rang aufsteigen ja das heißt wenn man zum beispiel rechts spielt dann habt ihr immer einen arcanisten der ist dann immer der niedrigste theoretisch und hat dann jedes mal 65 prozent chance dass sein fusionsrang steigt sehr sehr coole sache auf jeden fall wie gesagt gucken wir uns noch im einzelnen die nächsten tage an jetzt würde ich sagen gucken wir uns mal an die ritterstatue wir nehmen dafür weil wir den light irgendwie spielen rechts rechts und battlefield genau wir probieren mal links und probieren halt hier irgendwie es um die ritterstatue rum zu bekommen aber ich würde euch sagen achtet mal jetzt in dem gameplay auf den flicker der ist schon sehr sehr cool muss man sagen ich hoffe der wird nicht zu op und wir springen rein wir gucken hier noch mal kurz ihr müsst immer auf die talente achten die ändern sich ja hier ab und zu mal rechts rechts links das sieht gut aus hier rechts 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 perfekt und ja ich sag euch jetzt schon mal wir haben hier theoretisch zwei schreddermeister im match und was ich damit meine sehen wir jetzt wir haben knapp 3000 krit glaube ich ja ihr seht dieser hält ist mal ganz anders der sitzt nämlich einfach auf dem feld ja der sitzt hier und ihr seht schon die pfeile links rechts oben unten man kann ihn jetzt hier nicht einfach so merchen doch man kann ihn auch über ecken merchen okay da habe ich auch wieder was dazu gelernt klar in der ecke sind ja auch dinger er ist ein portal keeper einfach am einde des tages ihr könnt damit zack einheiten tauschen habt dann ein cooldown von fünf bis sechs sekunden je nachdem welchen rang ihr den habt glaube ich und ja hier haben wir die falsche einde noch mit reingenommen das heißt wenn wir jetzt hier die ritterstatue haben wollen aber hier alles hin und her tauschen dann gehen wir hier schnell schräg rüber das habe ich gerade eben übrigens noch nicht gecheckt gab tatsächlich sehr gut auch wieder was gelernt mit einem video wir müssen ein bisschen warten können den dann aber hier schön überziehen so jetzt haben wir den hier jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen um tänzeln wenn wir hoch wollen gut wird ein bisschen schwer wieder weg zu kommen und so setzen wir uns hier die einheiten schön so hin wie wir sie brauchen am ende des tages und jetzt zeige ich euch gleich noch einen kleinen meisten anderen effekt den der flicker hat ja das passt sehr schön dann kommen wir nämlich wieder raus aus der ecke und zwar wenn ihr jetzt hier einheiten habt die ihr nicht braucht und wir habt jetzt gerade kein zweier schreddermeister was machen wir mit dem portal keeper mit dem mit dem priester hier oben was machen wir damit genau wir fressen ihn einfach auf kriegen noch ein boost auf die einheiten und die einheit ist weg wir haben noch mana wieder bekommen das heißt wir haben wenn man so möchte einfach einen zweiten zusätzlichen schreddermeister mit am start was ja irgendwie absolut nice ist muss ich mal echt sagen so wir gucken mal wir müssen hier natürlich noch irgendwie den ink wie hinbekommen damit wir hier diesen effekt noch aktivieren natürlich auf drei leuten und dings immer nice wir nutzen jetzt einfach mal weil so hoch wird das match eh nicht gehen wir brauchen auf jeden fall noch einen ink wieder oben genau da brauchen wir den zack schmeißen wir weg brauchen wir nicht den dann auch gleich wieder wir müssen natürlich warten den cooldown den cooldown müssen wir abwarten wir könnten die natürlich jetzt auch auf dessen zack wieder weg und da haben wir den irgendwie jetzt können wir den hier rüber tauschen fressen den hier weg und haben damit auch diesen ritter status effekt aktiviert so und was jetzt noch gemeint ist mit diesen sättigende ladung ihr seht hier auf dem feld diese felder und das ist damals wie beim major groom event ihr müsst theoretisch oder ihr könnt mit euren kollegen hier in dieses feld jetzt rein merchen und zack kriegt dann diese sättigende ladung die dann nochmal ja bonus bringt jetzt gerade auch nicht 100% was die bewirkt aber gut ist es zack das heißt natürlich am anfang des spiels wenn die aufstellung noch nicht wichtig ist macht es vielleicht sinn da schon mal hin und her zu tauschen jetzt müssen wir mal gucken wo ist die jetzt hier man sieht man nicht schwer oder ich bin einfach blind irgendwo muss das feld sein ist es darunter nicht doof egal wir wussten jetzt einfach die weinheiten hier mal weiter wie gesagt bekommt ihr hier was was ihr nicht braucht zum beispiel ein zweier schreddermeister haut ihr den halt einfach weg auf entspannt so können dann natürlich auch mit dem schreddermeister machen aber manchmal gibt es ja so situationen wo man ein dreier schreddermeister zum beispiel bekommt den man einfach nicht mehr gebrauchen kann dafür ist es ganz gut wahrscheinlich steht steckt er darunter irgendwo drin so wie gehen muss natürlich weg und er hat er hat gesehen er hat auch diese 14 noch hingeworfen jetzt haben wir natürlich noch gar nicht gesehen was der denn ansonsten kann wenn man den effekt aktivieren kann auch gleich mal noch aktivieren wie gesagt ihr habt gesehen jetzt haben wir ein zweier weggefressen hat er neun sekunden cooldown und ihr kriegt dann noch mal 141 mana am ende beziehungsweise je nachdem wie viel ihr denn da halt eingepackt habt so den hier können wir jetzt auffressen oder halt einfach hier schön in den kollegen einpacken bewegen könnt ihr den jetzt übrigens nicht gleich weil es sind hier keine einheiten ihr müsstet jetzt da einheiten hinstellen ihr könnt aber hier zack noch die feuerflammen raufschmeißen auf euren gegner das ist halt die fähigkeit noch wenn ihr die aktiviert hier könnten wir jetzt wieder tauschen brauchen wir eigentlich nicht sagt ja macht natürlich auch noch sinn den jetzt vielleicht hier noch hinzustellen weil er natürlich die benachbarten einheiten boostet das heißt die beiden bekommen sie auch noch mal ein boost dadurch dass er daneben steht hat man natürlich auch noch vergessen zu erwähnen also wirklich wie gesagt eine richtig coole einheit womit so viele neue sachen möglich sein werden was man jetzt vielleicht noch gar nicht daran denkt mit der klingentänzerin vielleicht zu arbeiten den schreddermeister zu verbessern auch wie gesagt manchmal auch hier ist übrigens das fett manchmal hat man ja so ein dreier schreddermeister irgendwann beim light inquiry deck zum beispiel zwei drei schreddermeister die man dann einfach nicht mehr wegbekommen hat und ja jetzt habt ihr halt die möglichkeit einfach die sachen in den mülleimer zu werfen sozusagen ja man kann es nicht anders sagen und absolut coole sache scheint sehr sehr stark zu sein ich hoffe das nicht zu pay to win lastig wird aber wir haben ja gerade eben gesehen man kann da scheinbar nur zwei kisten von kaufen mal gucken ob es in der finalen version dann auch so sein wird aber es macht bock muss ich sagen ist schon cool schon eine coole einheit und item können wir auch gleich nochmal gucken scheint sehr sehr stark zu sein das ist auch schon in game das können wir noch zeigen gleich euch vergesse nach der runde sieht so aus ob das richtig krass werden wird das item natürlich auch wieder ein item mehr was wir ziehen können wenn ihr gerade zum beispiel euch ein j item holen wolltet ist es natürlich ja nicht ganz so cool wieder eine einheit mehr oder ein item mehr was man bekommen kann so eine welle noch zwei wellen noch dann haben wir es gepackt wir haben jetzt hier gerade 3000 krit zum vergleich ich hatte es nicht ganz so hoch gelevelt wir hätten ja wieder auf 6000 leveln können und ihr seht jedes mal wird diese ritterstatue auch noch stärker der hat jetzt hier 16 stacks jedes mal wenn wir nach den rang hier erhöhen ringsherum ist schon krass 7 12 ok also ganz der rang ist es nicht jetzt aber 222 mana gerade übrigens noch bekommen kann man machen so zack den können wir merchen weil es scheißegal was rauskommt wir können alles wegschmeißen ihr könnt auch in t5 reinhauen theoretisch alles ist möglich so jetzt haben wir die flammen raus 60 millionen boss schaffen war sehr schön ja ok willkommen noch ein zweiter boss das ist der neue flicker boss ihr könnt hier einfach hin und her tauschen habt immer den cool down coole sache das einzige was er nicht macht ist reinigen das wäre jetzt noch zu op wenn wir jetzt hier rüber ziehen könnten und es wäre gereinigt das kommt tatsächlich nicht ansonsten ist sehr sehr viel möglich mit dem kollegen komplett neue was ist das hier das relation poison also komplett neue taktiken sind damit auf jeden fall machbar ich bin echt gespannt spells genau wir haben den spell freigeschaltet ja können wir mit reinnehmen und sehr sehr cool so jetzt gucken wir uns noch kurz das item an und das sieht sehr sehr stark aus das item primary wir haben was schon es scheint eine brille wieder zu geben ja nicht nur eine zeus brille jetzt hier gibt es jetzt so eine coole flieger brille hungry friend max damage increased 11 prozent heat up fähigkeit noch mal elf prozent mehr feuerbälle ich glaube wir schmeißen so fünf mit item dann scheinbar acht und hier hungry friend damage from current health ja da hat der jub vorhin schon gesagt das hört sich hier nach coser an der dann nach prozent schaden macht fünf prozent schaden pro kugel dann scheinbar und ja klingt auf jeden fall sehr sehr stark ich bin gespannt ob der da wirklich nur zweimal rauszuholen sein wird dann wird man natürlich einige wochen brauchen um den über das event freizuschalten mein tipp an euch spart auf jeden fall eure jägermünzen gibt jetzt nicht für staub aus oder für sonstiges ja damit gibt es bald gut was zu tun dementsprechend sind wir erstmal raus hierfür ist update 21.0 deathbild account und ich hoffe es hat euch gefallen wir haben heute auch gestreamt morgen werden wir auch wieder stream schaut gerne auf twitch vorbei würde ich mich freuen wenn da der ein oder andere vorbeischaut ja fred würde sich auch freuen da ist er und lasst gerne support für das video da bis zum nächsten mal bleibt gesund haut rein und ciao